auch ein neues hallo mein lieben leute heute geht es natürlich mal weiter in unserem neuen projekt neues welches haus ich weiß ich schon wieder die kurierung über das ich hatte ja es ruckelt bei euch bestimmt ich kann dagegen zu machen ihr seht ja flüssiger aber egal ich habe gestern versucht mit ein team mitglieden das haus weiterzubauen hat funktioniert immer wenn du siehst große gehen raus so auf jeden fall wir bauen jetzt weiter wird hier dafür die der scheitz zentrale genau die scheitz zentrale das schwarze teil der hat mich auch schon einen youtuber angesprochen der luxus aviation ich kann das nicht beheben aber danke für den kommentar auf jeden fall cooles projekt haben leute geschrieben dazu wollte etwas sagen danke erstmal dass ihr das projekt zu feiert und wie gesagt manche leute sagen das schwachsinn nein ist es nicht weil so kann man sein kreativität auch wieder ein bisschen raus strecken wir tun hier eisen blöcke drum weil der rom soll feuerfest sein so eisen wir haben 0 uhr gleich 11 uhr und ich baue ein haus jede folge geht so ungefähr eine stunde oder 40 minuten ohne cut also dafür wird nur ein kleiner teil das kann wir fangen heute nur an ich habe tutorials wie man am besten so auf bau zum projekt angeguckt dass auch hoffentlich nichts schief geht dieser zaum wird damit nicht bestehen so ja so 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 also jetzt kommt man hierhin also sobald beschädigt werden sozusagen direkt geht dann direkt den sensor an also man kann aus seiner vierten hochsicherheitstruck weil dafür überhaupt eine keycard also so ein türsystem wird hier kommen aber habe ich natürlich nicht so auf jeden fall jetzt seht ihr hier so also man geht hier rein hier wird hier wird eine wetstone lampe sein hier wird ein hebel sein so also jetzt brauchen wir mal eine lampe so ich gucke ob sie geht so jetzt kommt hier eine tür hin erstmal das wird bald anders sein so und jetzt haben wir schon die allererste mauern unseren einbänden so jetzt sehen wir gerade die ersten mauern in unserem neuen hotel also das gibt man hier rein bla 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 so also man geht jetzt hier rein moment keine petze ein werfer brauchen wir so da kommt hier rein ja dann dann muss man hier eine keycard reinwerfen also dann so so ne wenn wenn die lampe Alles ist Tür, Key, Card, Götig. Götig. So, nehmen wir das. So, Alarm. So. So, ich setze hier gerade nur mal eine Redstone-Lampe hoch. Ähm, Moment, ich brauche einen Schalter, dass die aus ist. Dafür kann ich Strom verschwenden. Cool. Genau. So, wenn es um Redstone geht, ja. Gut. So, also, jetzt nochmal zum Mitschreiben. Also, der Truck, äh, der hochsicherste Truck, ähm, der wird erst am Ende ausgemauert. Mauer, ja. So. Ähm, so. Ich wollte es hier schon wieder... Ich wollte es hier schon wieder... So. 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 schon mal gut was ich mache also ist damit schon da geht hier also kick hat reinwerfen tür geht auf also vorstellen dass die tür auf ist also vorstellen vorstellen tschüss auf dann kann man direkt rein gehen fertig so so also kann man aber nicht rein da muss das sind wir zwölf minuten hallo julia schon fast elf überstanden als knapp manchmal gemacht die folgen nur paar minuten die lust und laune ich habe manchmal kommen auch keine folgen fertig und dann noch also ist alle zu mitschreiben hier drauf wird nicht das hotel sein so nur so nur zur orientierung das ist ein eigenständiges gebäude das wird das hotel so also hier gebäude hochsicherheitstrakt also jetzt jetzt also jetzt mal nehmt euch schon holt euch tee und schlürft ihn man sollte auch die technik verstecken ne wir wollen mal hier nicht so sparsam sein passt passt also moment so so das war jetzt ein bisschen übertrieben also so langen gang braucht man natürlich nicht so wie wir es darstellen so also dann mache ich das einfach so so da braucht er eh nur eine Tür so wäre gut die zu haben so so also erst lesen dann Tür mhm also es wird eh noch also wird eh noch mal eine beschreibung zu diesem haus geben also jetzt noch mal auf aber für alle leute die sich besparen so also man geht hier rein simuliert sehr vielmals hier reingehen dann geht man hier runter dann alarm alarm natürlich das ist jetzt einfach nur falsch geschrieben ich weiß ähm hier oben ist äh der technik ist hier eine technik ähm also auch relativ einfach zu verstehen also hier ist einfach holraum für technik und hier wo das ist hier kommt das hotel hin und hier daneben also da kommt so eine brücke kann man hier inbauen zum ähm warte was soll ich sagen äh zur zum finanzamt zur arak ähm bricht er die wohnung zusammen oder was nein ähm also das ist relativ einfach eigentlich alles einfach reicht doch mal eigentlich alles einfach in mycraft wenn wir einfach mal machen so jetzt sind wir bei 20 minuten gleich ähm also ja wir sind fertig für diese folge ich sag danke äh für dennoch ein kleines hilfreiches tutorial ähm wenn man so einen kleinen wie man wie wir schon die technik ein bisschen ja ähm übermorgen am montag äh geht es weiter oder morgen schon keine ahnung ich wünsche euch noch viel spaß bis zum nächsten mal euer billi bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020